Hallo zu einer Folge von Trouble in Terrorstown. Mit dabei sind Drago, Toriko, Sunlight Gaming, René, Bravian und Lego. Und wow, ich lebe noch. Kein Ding, ich hätte dich wieder töten müssen. Oh nein, Toriko ist Ete. Oh, wir sind tot. Moment, das bedeutet du bist Tee. Hui. Hä? Nein, das war nur auf der Lego Map so. Ja, 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 ja. Ah, 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 ah. Wer, oh das ist ein Spiegel. Ja, das ist ein Spiegel. Ich hab, ich hab gedacht, wer ist da vorne, wer ist da? Der Hund war auch mal so dämlich, der hat's mittlerweile gelernt. Hier ist ne Katze. Wo, 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 wo ist die Katze? Da ist ein Portal. Oben? Ah, okay. Geh nicht rein, Michi, es ist ne Falle. Ja, deshalb lauf ich hier auch grad schon weg. Ich hab das Haus mal ein bisschen moderner gemacht. Ich steck fest. Was? Du musst nur weiterlaufen, die Tür öffnet sich durchlaufen. Ne, es passiert nichts mehr, ich steck fest. Ach so. Joa. Äh, wo steckst du denn fest? Hä? Äh, hallo? Hallo, unten wurde übrigens grad geschossen. Da wurde das andere Portal. Ach, es ist schön, dass du grob bist, wegen deinem Karma. Weil du mich ja letzte Runde erschossen hast. Okay. Ich hab dich nicht mehr erschossen. Ich hab dich nicht mehr erschossen. Du bist in meine HE gelaufen, du Affe. Hast du die Katze? Ja, ich hab die Katze. Schlechter Traitor-Kollege. Wenn du in meine HE läufst, ich hätte jetzt Honey damit töten wollen. Ja, Honey war doch gar nicht mehr da. Natürlich. Wieso wollt ihr mich töten? Weil du Dete warst. Letzte Runde warst du Dete. Ja, letzte Runde. Ich hab jetzt nach die Runde würdest du mich töten auf einmal. Definitiv. Da hat gerade jemand einen Abgang gemacht, glaube ich. Alter, geh vorbei. Ach, das bin ich selber. Scheiß Spiegel! Ich hasse ihn. Ich denk so, geh vorbei und der bleibt zu denen. Honey, wichtige Frage. Bist du in echt bei Spiegeln auch so verwirrt? Die Spiegel in dem Spiel sind verwirrend. Ähm. Hi Sunny. Hi Sunny. Grüß Sunny. Hat wer ne Pamschock gern? Ähm. Willst du dich selbst in der Luft jagen? Ja, klar. Läuft bei dir, oder? Na! Arschloch! Erstmal anderes hinsetzen. Genau da gehörst du rein. Na, na. Wie fühlts sich an Traitor zu sein, ne? Wer? Du? Weinst du? Ja. Der letzte, der lebt Sunny. Ja, ich weiß. Ich hab grad'n Schalter getrillt. Ich hab grad'n Schalter getrillt. Sonst würde ja keiner was sagen. Sonst würden ja alle was sagen, sagen wir's mal so. Ich hab' Zeit, was hast du? Ich hatte auch Zeit. Ich hatte auch Zeit. Ich hatte auch Zeit. 6 HP. Ich hab' mir ausgestellt, dass ich datee werde. Ich hab' mir ausgestellt, dass ich datee werde. Ich badere mein ganzes Magazin und ich treffe glaub' ich einen Schuss. Du kannst. Ich freu' mich, find's schön. René sagt, er steckt fest, ich wusste, wo er ist. Ich hab' René geholfen. Ey, fliegt in meinem Aufenthalter. Du hättest ihn ja auch mit der Crowbar rausschießen können. Also rausschießen können. Also rausschießen können. Rausschopps. Ja. So, Rigu. Es hat sich einfach so angepasst, dich da oben zu hören. War sehr lustig, ja. Das war aber auch so irgendwie der Sinn der Sache. Und dann niemand hat aus dem Fenster geguckt. Ja, das sah richtig geil aus. Ich hab' dir einfach spectated. War ja schon tot. Du stehst einfach so am Fenster, sagst alles so Hallo. Das interessiert sich einfach keiner. Waffe, 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 waffe. Ich hab' ne Waffe. H-E. Ich hab' auch eine, aber... H-E. Glaube ich, wenn du... H-E. Fricht, egal was ich finde... Die wird genommen. Definitiv. Ani, du sollst mal springen. Ähm... Oh. Guck. Ähm... Shotgun. Oh, Double Barrel. Hi. Hab' ich kurz... Geh weg, Toriko. Geh weg, Toriko. Why? Äh... Hier ist Freundschaft. Nicht von mir. Äh... Ich bin... Ich bin hier in dem Raum. Von mir kann der nicht sein. Okay. Sunny kann's bezeugen. Ne, hier war bloß grad... Ne, hier geballert. Ne, hier ist ein Nebel. Okay. Ich hab' schon gedacht, Sunny wär tot. Ja. Ich kann's bezeugen. Ich bin... Ich hab' Nebel gesehen bloß. Achso. Ja, dann war's wahrscheinlich ein Rauchen danach. Ballert. Wolltest du einfach nur Fenster kaputt machen? Nein. Siehst du doch. Alle kaputt. Hätt' doch sein können, dass du irgendjemanden gesehen hast, der irgendwas gemacht hat. Und uns das nicht mitteilen wolltest. Mir sowieso nicht. Mir sowieso nicht. Okay. Heilige Scheiße ist es da drin, ey. Warte kurz. 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 Ah, ich kann grad noch nicht. Jetzt aber. Tür zu. Tür zu. Ah. Okay. Ich hab' nichts gesehen. Ich hab' nichts gesehen. Bitte seid's schlechter. Ich hab' nichts gesehen. Hallo? Sven. Sven, es ist nicht witzig, weil wir hier beide drin sind. Es ist was viel besseres. Vor allem, wenn man das Licht anmacht, dann geht unten das Ding da. Guck mal. Das überlappt sich da. Ähm. Ja. Hier ist grad jemand tot umgefallen im Schrank. Ähm. Ich glaub' Sven ist gerade erschossen worden. Wer auch immer... Power. Hilfe. Wir explodieren gleich. Ich... Okay, ne Moment. Ja. Ich war grad... Im Zimmer. Sandra, du bist böse. Komm herein, komm herein, komm herein, komm herein. Komm herein, komm herein. Versteck dich. Warte, ich geh... Nicht du. Geh weg. Ich erschieß dich gleich. Ich erschieß dich gleich echt. Ich erschieß dich gleich echt. Ravion. Wieso hat eigentlich... Wieso hat Sandra... Sandra muss es sein, die hat die Leiche noch nicht identifiziert. Der... Schildkröten. Renn raus. Schildkröten. Ihr seid beide! Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Keine Sorge. Sonst hätte ich dich schon lange getötet. Lebst du noch, Bravia? Verdammt. Ohne ihre Schildkröten. Reden wir immer, rein. Reden wir immer. Reden wir immer rein. Teiligt durch die Welt. Next day... Ob du überhaupt jemanden getötet hast. Nein. Mann denn? Das sollten die Schildkröten machen. Wie denn? Ich hab eine Waffe gehabt mit zwei Schoßen. Du musst mich nehmen. Ich auch. Ich hatte die Silent AVP. Die hat auch zwei Schoßen. Und ich hab zwei Kills damit gemacht. Bravia, ne? Das war schön, einfach beide gleichzeitig. Wir machen die Tür dauernd auf und zu, machen wir sie wieder auf und dann liegt da einfach Sven tot. Du musst nur den Körper treffen, man ist tot. Und Sandra identifiziert den einfach nicht. Ja, und wenn du die ganze Zeit sagst, ich erschieße dich? Äh, als du dich in meinen Raum reingestellt hast, da hab ich das ja nur gesagt. Ich hatte ja schon vorher gesagt, dass da Sven liegt. Das wusste ich nicht mal, das war mir auch egal eigentlich. Ich hatte grad zu viel Spaß. Ich hatte grad zu viel Spaß, mich für irgendeine Leiche zu interessieren. Ich bin Detective. Geil, darf ich zu dir kommen? Rückführend müsste das bedeuten, dass Toriko jetzt Traitor ist. Nein. Nein. Oh, die Waffen da ja. Die Waffen da ja. Ähm. Hallo. Äh, äh. Ich hab grad den Raum back. Nein. Nein. Äh, habt ihr das auch hier an den Türen? Ah. Weißt du das? Ja, ja, ja. Scheiß, was ich meinst. Ich mach die Tür auf. Oh Mann. Ach, du meinst, dass das so leuchtet? Ja. Ja, das hatte ich vorhin so gedacht. Parallel Universum. Wir sind jetzt sicher. Ja, ah, total eklig. Ich bin, ich bin kein Traitor. Keine Sorge. Ja. Geil. Hallo. Soll ich einfach on side irgendwas töten, oder? Ah, da ist gleich jemand erschossen worden. Ja, ich glaub auch. Töten wir einfach, was reinkommt, oder? Scheiße. Da steht jemand. Geh weg. Sorry. Nee. Mach mal zu. Warum? Ach, dass du dich aufwerten musst? Lass mich nachladen. Hattest du noch Punkte? Oh, danke. Gott sei Dank, ey. Aus wenn es später. Gib dich doch mal aus. Ich hab, ich musste mich verwandeln. Leeroy! Au. Au. Das Problem ist, ihr habt alle, äh, äh, ihr habt, wo ich die Tür aufgemacht hab und angefangen habt, habt ihr glaub alle beide auf mich geschossen, oder? Ist der, ist der Anzug nur bei mir? Und das hat so viel HP abgenommen? Nee, nee. Ich hab gar nicht geschossen, glaub du ist. Nee, nee. Ich hab gar nicht geschossen, glaub du ist. Fehlende Textur. Ich hab dich gar nicht angetroffen, äh, äh, getroffen, Sonny. Genau wie bei der Rail. Genau wie bei der Rail. Ich hab dich gar nicht getroffen, Sonny. Nicht viel, kannst du das bitte lassen. Aber dein Mut ist okay. Er hat nur mit der Double Rail, hat sofort reingeballert. Der Ranger hat, äh, hat grad richtig gut getroffen gehabt. Sein erstes. Ja, ja. Ja, mit der Double Barrel halt. Und dann warst du. Ja, ich hab mit der Double Barrel zweimal daneben geschossen. Ich hab ne Katze. Ich wollt nicht reinlaufen. Okay. Ja, ich war halt eh groß so. Du hättest mich halt easy töten können. Du hättest mich halt easy töten können. Ich hab ihm mit der Double Barrel immer einen Rechtsklick gemacht. Äh, Drago hat eine und im Garten hat er die Garten. Lass mal deine Waffe fallen. Ja. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich hab ne Katze. Oder so. Trau ihm nicht mit der Katze. Das ist noch Preparing gewesen. Ähm. Ich wollt ihr nur ne Katze geben. Im Preparing. Ähm. Sandra ist digital. Ja. Oh Gott. Hallo. Hallo Drago. Das kann ja was werden. Ähm. Ja. Wann hier raus? Keiner. Alter Trago. Verpiss dich. Ich habe ein Problem. Ja. Das wissen wir. Du bist auf nem Gebäude. Du bist auf nem Dingens mit Leiter? Ja. Drago ist hinter dir. Ja. Tu's nicht Drago. Es ist gefährlich. Vertrau mir. Weißt du das Schlimmste mit der Leiter 11? Da hinten ist grad übrigens jemand erschossen worden. Da kommt mal so scheiße wieder von weg. Lego wen hast du erschossen? Ich hängt fest. Ich hängt fest. Ich hängt fest. Du kriegst dich leicht wieder runter ne? Keine Ahnung. Hat grad Sunny gespielt. Ich hab nur nen Schrei gehört. Ich weiß wo. Ich hängt fest. Ja ne. Ich glaub Sunny ist gespielt. Lebst du noch Lego? Ja. Hab ihn. Gut Job. Wolltest du Drago oder Bravion? Dann escalated quickly. Hier ist einfach alles voll. Sogar dem... Hä? Wieso bist du jetzt safe Toriko? Weil ich netter ge... Hattest du grad nen AWP in der Hand? Nein. Ne ne. Das hat einfach übel lang gedauert. Holy shit. Ey Sunny. Guck dich so an. Was könnte das gewesen sein? Hä? Es sieht aus als wenn ihr richtig hart schlecht. Was? Du am Klo hängst. Es sieht aus als wenn ihr richtig richtig heftig schlecht. Nice. Tut mir leid René. Ähm ich hab mal ne Frage. Wie bekomm ich denn an der Seite angezeigt was ich grad ausgerüstet habe? Wie meinst du das? Ich hab an... Nein hab ich ja... Funktioniert bei mir mit dem Ausfahrt. Was meinst du mit Ausgerüsten? Ähm dass wir dieses Tab-Dinges sehen. Ja. Dieses Scroll-Dinges. Die hat automatisches Scrollen an. Achso das kannst du in den Einstellungen umstellen. Musst du aber das nochmal bestätigen indem du Link spiegst. Wo genau bei den Einstellungen? Ähh Steirung schätze ich. Warte mal. Option. Option. Ich habe alles schon durch probiert, das haut bei mir nicht hin. Ehh. Möhe ihr der Schulter mal. Ehh. Ehhhh. Ehh. Ehh. Hier ähm... Option Keyboard Advanced. Und dann Fast Weapon Switch weg machen. Fast Weapon Switch weg machen. Drago ist Data. Indeed. Hast du? Weser? Ja. Tote und Verderben. Tote und Verderben. Ja, du kannst das ja mit den anderen Sachen auch machen. Mit Crowbar und so weiter. Äh, na super, ich hab trotzdem das Ding an der Seite nicht. Ach, egal. Muss halt so gehen. Ja, aber du rollst, du rollst so durch. Du musst auch auf OK drücken, ne? Ich hab auf OK gedrückt und auf Apply. Okay, okay, okay. Ja. Weiß ja nie. Ja, vielleicht übernimmt das erst beim nächsten Start oder so. Ja, toll. Drago. Drago, siehst du mich? Hä? Guck mal nach rechts. Nein! Extra für dich, Stray, so anders. Los! Warte, warte, warte. Gib mir mal ein... Du hast mich irgendwie nicht gesehen, schon mal. Michi? Sandra schießt auf mich. Sandra schießt auf mich. Sandra schießt auf mich und hat alles daneben geschossen. Ich hab so andere gefüllte. Bravian, nicht so Proof. Komm mit, Bravian. Komm, 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 folg mir, folg mir, folg mir, komm, komm, komm. Sven, wieso guckst du denn nochmal rein? Ich hab gerade reingeguckt, hab den Detective gecalled. Achso. Detective, guck mal rein, sind noch Punkte drin? Ja, wenn du die nicht durch die ganze Zeit durch die Regen kauen würdest, dann würde ich das aussehen. Hast du reingeguckt? Ja. Gut. Dann hatten wir uns mal... Gut, dann sind Lego, ich und Bravian Proof. Ja, Mann, lass das... Ja, entweder René oder Sonny. Ich bin's nicht. Irgendjemand von euch angeballert? Michi, geh mal weg, ich muss was tun. Ich hab anderes zu tun mit ihr. Geh weg. Warte, Kurt. Alter, sieht das wie jemand? Ich schieß nur mal einen Spiegel, alles gut. Kann mal jemand zu mir kommen? Ja. Sonny, siehst du das? Was macht er da? Mir geht nicht zu. Viel Spaß. Was meinst du? René oder Sonny sind übrigens Traitor. Meinst du die Grafik-Bugs, die hier manchmal aufteilen? Nein, Riesa schwippt bei mir. Äh, es ist übrigens René, es ist übrigens René, der ist halt gerade. Absolut, das ist ein Grafik-Bug, den... Dieser Spiegel, ne? Der Spiegel ist... Hilfst du dich auch so sehr? Max, wo ist René? Draußen war der irgendwo. Michi ist tot. Bravian. Endlich ist er tot. Endlich hält er mal die Fresse. Oh, Dragon Elite. Auf dem Turm, glaub ich. Bin mir nicht sicher. Nevermind. Nein, hinten am Dingel. Alter, der Tank-Suit hat ihrs Leben gerettet, weil der den Schaden von Explosion verwingert. Ja, ich liebe das Teil. So. Deshalb bin ich ja auch so One-Man-Army-mäßig auf ihn zugelaufen. Nein, nicht Kakariko, da gibt's mir zu viele Leiter. Ich hab hierby... Du kennst nur noch Standbilder. Dann würd ich nur sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde von TTT. Oder? Ja. Gut, war schön, dass ihr dabei seid. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.